ja hallo ihr lieben heute wollte ich euch mal einen meiner lieblingsplätze zeigen das ist hier am baggersee pfanda bei dettenheim hier komme ich immer her wenn ich meine ruhe will guckt euch mal an viel platz viel platz meistens kaum jemand da natürlich wenn es warm ist hier alles voll mit leuten die baden gehen jetzt gehen wir mal zum see hier bin ich immer wenn ich ruhe brauche ganze bäume gepflanzt für schatten der filu jagt wieder mäuse schön angelegt überall mülleimer schöner schöner bagassee ein wunderschöner strand herrlich sand aufgeschüttet optimal für familien einfach herrlich einfach herrlich jetzt gehen wir mal runter zum strand menschenleer so lieben wir es hier kommen wir immer her mal aussuchen ist das nicht herrlich das wasser ist jetzt natürlich ein bisschen kühl aber es sollen noch ein paar schöne tage kommen filu freut sich immer hier am strand tobt da immer rum guckt mal schöner rundumblick heute ein bisschen bewölkt da hinten stehmer also wer ruhe sucht und erholung ist hier am richtigen platz natürlich wenn ein hochbetrieb ist ist ja alles voll aber dann gehst du nicht hierher wir suchen immer uns die zeit aus wo es nicht mehr so viel los ist dann passt es herrlich okay ihr lieben in diesem sinne tschüssi